Vergangenen Sonntag ist Carola Gerhardinger aus der Region um Antakya zurückgekehrt. Im Lands Aid Büro in Kaufering werden die Hilfsprojekte in der Türkei koordiniert. Bis heute, denn weite Flächen sind noch immer verwüstet. Die Fläche ist so unglaublich groß, die betroffen ist, dass es wirklich schwierig ist für jeden, da alle Probleme gleichzeitig zu lösen. Und natürlich wünschen sich die Betroffenen mehr. Zusammen mit einem türkischen Rotary-Club hat Lands Aid einen Lkw zum Foodtruck mit Gastronomie-Küche umgebaut. Seit September versorgt dieser jeden Tag 750 Menschen mit warmen Mahlzeiten. Mit drei weiteren Partnerorganisationen liefert Lands Aid Nahrungsmittel, Kleidung und Hygieneartikel in das Katastrophengebiet, finanziert Schulprojekte und einen Kindergarten im Container. Insgesamt erreiche man mit verschiedenen Hilfsprojekten mehr als 100.000 Menschen. Am Anfang, direkt nach der Katastrophe, war unsere Hilfe mehr im Rahmen der absoluten Soforthilfe, sprich Trinkwasser, Hygienemittel und Lebensmittelverteilung. Das hat sich jetzt natürlich über die Monate oder sprich über dieses Jahr ein bisschen verschoben, der Fokus. Und aktuell helfen wir den Menschen mehr mit psychosozialer Betreuung und eben auch der Möglichkeit, Wohnraum zu stellen. Viele Menschen seien schwer traumatisiert, etwa aufgrund von Verletzungen oder weil sie Angehörige verloren haben. Es dürfte noch auf Jahre viel zu tun geben im Erdbebengebiet.